Ja, mit der lege ich mich jetzt aber nicht an. Ich hab halt kein C4 dabei, sonst würd ich machen. Na eben. Keine Ahnung, halt einfach mal die Fresse halten. Möllerig mal. Und das gilt übrigens für dich so gut wie in allen Fällen. Oh, Schnauze. Hast keine Ahnung, weißt du das? Und all your morning population. Schönste Map von allen. Voll. Nicht. Voll die Upfuck-Base einfach. Ist einfach so. Ja, wir haben noch eine Minute. Und habt ihr schon Stows angeschaut, Lothar? Nein, noch nicht. Ist mega geil. Ja. Also wenn ihr einen guten Film ansehen wollt. Dann geht ins Stows rein. Okay. Vielleicht am Mittwoch. Ich geh rein, wenn ich mit meiner Freundin die ersten Seite angeguckt hab. Nein. Mit irgendeinem anderen. Fuck. Spectre, Waffe, Sniper, irgendwas. Ach, mit der Spectre. Oh, ja. Das ist auch geil. Aber der andere hat geschluckt, Alter. Wie... Wie seine Mutter. Seine Mutter, Alter. Vor 18 Uhr. Vor 18, nach 18 Uhr, Alter. Oh, ja. Oh, mit der... Mit der Schatz gerne über die Halbe. Ja, natürlich. Ball hat mich ab, ne? Scheiß Flugzeuger. Ball hat mich ab, genau. Es sind ja keine 500 andere da. Aber nein. Macht ja ein 5er Kill. Macht ein 1er Kill. Achso, ihr beschießen mich? Sag das doch heute noch. Die schießen das nicht, Luca. Die alle Ergebnisse hier. Achso. 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 Was... Ich hab' schon mal jetzt als gemerkt, dass ich in einer anderen bin. Achso, wie aufgesprochen, Uncool von allen Richtungen werden jetzt für nicht tot. Aber ich hab' wieder drei Stücke gewissen, glaub ich. Ne nur zwei Stücke. Okay. Achso, ich wollte mal. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich warte, aber um zu viele. Ich hab' Ding gewohnt. Ja, oder hast du ja... Ah, stirb! Stiert doch einer! Schuhen habe ich mitgenommen, oh, oh, oh. Aber die Jahresabzeichen. Oh, abend. naja ich weiß wird denn ihr sonn die steht ich weiß wo ihr das bonn leuchtig steht ja direkt in dem schritten sand hier habe ich gerade im harry reingefahren hat nur ein gut ist auf die karte siehst du die ecke soll der stehen steht nicht bis hinter mir alles ich bin auch meine fröhliche geschenkte für in die fahrzeuge spieler da König der Lüfte welche ist eine Mauer laut Karte soll gelüftet habe ich auch noch kein einzigen mit Kino zu natürlich ich ich habe links von mir kommt sechs sieben acht gegnern greife ich an die schicken nicht dass ich das geht und rechts von mir ist einer wie viel habe ich da hinten habe ich nur wo scheiße ist eine mix weißt wie ich mich fühle natürlich stellt sich die max ist er vor battlefields 30 vor dir oder 32 hat alle abballern und dann dreht sich eine um bald ich weg zwei kiss muss nämlich jeder war kriegt der lüfte 1 also habe ich noch ein paar versuchen also müssen noch mal acht minuten machen ich habe verpasst ihr volk zu wenden oh mein gott alle leute erschreckt mich so hart haben wir jetzt den dinger da und den sandy oder lebt der noch weiß ich glaube der ist da ich habe noch mehr aber wir haben direkt am spawnrum auch einen da wo ich bin ohne max und zwar genau da stehen juhu wieder einer war als könig der lüfte mein gott wie schlecht ich gehen zwei stücke haben mein kd wird besser halt ja mein so ich habe auch eingekehlt und ein sanderer gesprengt wenn ich jetzt cooler wie du glaub ich war schon immer cooler wie du nein du meinst nach komm es sind zwei wieder nie können sondern und ne fucking max axi waffe also wenn man die max für mich eben gekillt da oben versteckt sich einer komm herr schnocki das kannst du auch sterben und wir haben ein wahres aus dem meld oder maxx ja da lege ich mich jetzt aber nicht an ich hab kein c4 dabei sind das würde ich machen ja eben doch ich brauche mein c4 für die für den sander da kann ich mein könig der lüfte ab den sandy habe ich schon nein den anderen sonderes von fliegen jetzt steht da wo ich sogar die zeit sie viel drauf schmeißen oder ich kriegte nicht daumen dann bist du mich scheiße also ich mache mein könig der lüfte ja nicht mit fahrzeugen könig der lüfte ist abgeschlossen erhält es geht mit fahrzeugen auch nein ich habe zwei ich habe noch zwei erwischen c4 bevor sie mich getötet haben ja eben muss person töten was er jetzt so jetzt kann ich endlich den weihnachtsmütze aufziehen so die es weihnachtsmütze ja die es weihnachtsmütze und das kann ich nämlich die anderen machen damit ich endlich weiter machen kann es ist nicht so jetzt kann ich es müsste kaltblütig noch freischalten unter frohe bannachter 20 schneemänner ein schlitzerfahrt muss jetzt wir von vorne anfangen obwohl ich schon zu teilen natürlich ist ja langweilig aber ich kann jetzt endlich frohe fäuste machen 40 kilo fünf schüsse das sind nur 40 stück auf der letzten stück der voll geschenkt das ganze event dann und 20 schon mehr an einem tag machen heilig und so nahm zumal ich hab's ja bis jetzt an einem tag gemacht der größte teil weiß man wie lange ich an den kürbissen gefahren ja kürbissen ja gut du hast ja auch raxium rüstung bekommen ja nicht nicht doch auch raxium durchzogene rüstung oder nicht nein ausreichbar ich hätte bekommen hatte das heißt andere da steht ja immer noch da unten machen halt endlich verdienstabzeigen c4 weil sie für küsse gemacht einen tüten ziel überprüfen ich gehöre zum nk ups tschuldigung ach so viele küsse machen oh fuck ooooh alter wieder von hinten ey ne wo steht denn den hier sander vorne am ammo tower ja hab ihn grad markiert geil ja ich hab auch hier spawn wegen gar nicht also sollen wir jetzt irgendwie mal den sander dahin bringen wieder eine 1er kd ich bin bei 06 auch hier ist noch ein sander ne das in zweifel Markus komm wir holen uns jetzt mal einen lightnings und mach den sander dahinten weg der geht mal auf den sack ne verlust später vielleicht naja später geht nicht mehr in den noch 4 minuten ach ich kann gar keinen holen holen also ich hab grad eben den hier im sander 2c4 unten runter gehauen und am König der Lüfte abgeschlossen siehst du übrigens an dem sander hier nicht an dem anderen äh Fudor, brauchst du noch einen Windfahrer? ey bis jetzt eh so weit weg, oder? nein, ich bin am Spannung direkt neben dir ja gut, dann komm rüber krieg die Krise ja, aber dann musst du auch stehen bleiben und nicht weiter wegfahren ich fahr halt berghoch, quasi dann können wir den scheiß Sand hier ihn nicht wegmachen du hast immer noch keinen Sinn im Dorf gepackt, alter also ich hab ich bin einfach dann gestört kauf ich mir was? ja pfff nein ich hab's maximal was ich gemacht hab ist mein Ding umgerüstet meine Mütze deine Mütze nein nicht, doch doch Maggie 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 bei uns im Einsatzgebiet befindet sich ein McRider ja genau, Maggie 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 tot, da hast du recht vor allem ohne Zoom gegen McRider ist es sehr schlau ja was das schlauste was ich sehe und vor allem gegen McRider im Nacktkampf gehen ist es auch sehr ultra schlau ja egal wir werden jetzt die Aufnahmen, das ist mir was ach so muss man wieder übergehen, dass er brutal schlecht war, meine Kadene mit wieder und der 1 gezogen hat das einfach von alle und der passende, da sind wir alles schlecht naja ich hab 0,96 foot durch mach jetzt ein Kilometer 0,57 das passt 0,57 passt, alter ist es richtig scheiße nicht dafür, dass ich heute viele achievements gemacht habe, reicht das ich hab also beim einzigen wo ich mir eingehen lasse, dass man schlechte things hat, ist beim äh Schneemänner sammeln das hast du nicht lang gemacht und ich hab mitgemacht doch, da haben wir eine halbe Stunde lang gemacht und hab als Fahrer mehr Punkte gemacht wie du und mehr Kills gemacht wie du also ganz ehrlich, dass du was falsch gemacht hast kann gar nicht sein pssst oh guck mal wie du ruhig bist, ist das schön ruhig wie du ruhig bist wie du ruhig bist du ruhig bist wie du ruhig bist dass du ruhig bist das ist meinstig dich